Das kriegen wir schon wieder hin. Was? Tschüss. So, der Nächste bitte. Danke, Doktor. Danke. Na, was hat er denn? Ist mir ein bisschen peinlich. Was kann denn dein Goldfisch peinlich sein? Nur aus der Sprache. Der Cookie hat, also... Der Cookie hat Blähungen. Blähungen? Ja, ganz furchtbar. Das habe ich ja noch nie gehört, dass ein Goldfisch Blähungen hat. Wenn ich es doch sage, wenn der loslegt, Herr Doktor, dann haben Sie das Wasser in den Augen stehen. Kann ich ja kaum glauben. Ich habe doch gesagt. Das ist doch unmöglich. Ich habe alles versucht. Keine Zwiebeln mehr, kein Kohl, keine Messwurst. Ich glaube... Ich glaube, Sie müssen sich von Ihrem Cookie trennen, ja? Was? Sie meinen... Einschläfern? Ja, und zwar... Und zwar so schnell wie möglich. Um sein Leiden zu verkürzen. Nee, um unser Leiden zu verkürzen. Da. Boah! Kucki! Kucki! Oh, meine Augen. Stopp, Alter, Kucki! Oh, meine Augen. Oh, die ist ja schämt. Du da. Kucki! Kucki! Elle! Kucki!